hallo und willkommen bei minecraft mario party mit gewinnt hi 6 6 gg hi flo bitte bitte was bekommst du was hast du feld zurück drei felder zurück ich sehe dich du guckst voll die falsche richtung ampel rennen rotes licht und grün das kann doch jeder leicht verstehen bei roter dann gut denkt daran bei grünen darfst du gehen bei euch ich spreche einfach das war nicht aus meiner grundschule ich habe mich gar nicht bewegt ich auch nicht wieder nicht das spiel ist ein bisschen baggie alter ich bewege mich nicht und werde zurückgebackt ich habe platz welcher du sagt zuerst fick dich aber du hast trotzdem kein extra würfel weil du schlecht bist ich könnte gerade einen döner vertragen ich könnte meinen riesen ich bin vier felder ich bin aktuell auf platz 6 also auf platz 9 aktuell auf platz 11 minengefecht kenn ich nicht kann ich nicht doch kennst du kevin muss ich da mit der spitzhacke jemand töten du musst sachen abbauen und bekommst sachen gedrobt krass das ist eine gute spielerklärung oder krass ich habe einen eisenschwert hat mal die entge vor krass krass du willst doch heißt ich wollte krass krass ich brauche Die mag dich... Deine Mama mag dich auch nur wegen den Kindergeld. Ja. Warte, ich klinge gut. Wie viele Kills hast du schon? Gar keinen. Dafür bin ich fast full, Iron. Wer hat mich gekillt? Warst eh du. Nee, aber ich hab drei Kills. Okay. Als ob das nicht um die Kills geht. Kevin, du musst nur campen in dem Spiel. Hab ich da auch. Welcher Platz bist du? Ich bin Platz 6 mit 4 Kills. Ich bin Platz 5. Mit 4 Kills. Alter, ich dachte hier geht's um Kills und so, aber nein, du musst einfach nur campen. Die können das Spiel auch umbenennen, ähm, Minencampen. Einfach nur campen. Nee, ist doch so. Ich bin vor dir. Ich bin besser als du in diesem Spiel. Mein Platz ist 6 und deiner. Moment. 10. 6. 3. Was ist Fächer fällt? 12. 10. Bowser fällt. Nein, 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 nein. Zwei Felder nach vorne! Nein! Doch, 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 doch. Ich bin zu oben. Noooo. Mann, nee, das bin ich wieder groß. Da kriegst du schon wieder Kinder. Nee, da krieg ich schon wieder Kindergeld. Schein not easy. Alter. Der eine braucht noch neun Felder bis zum Ziel. In jedem Feld. Krass, das kann ich. Kannst du nicht. Doch, ich bin zweig extrem schlecht. Ah, ich hab, ich hab das beste Anfangsweg gefunden. Nein! Die war grad so gut. Krass, die Späge. Hey, rühre das doch nie. Ich rühre den Dreck doch nie. Ich bin nur Zweiter. Drei fressende Achter. Alter, der eine braucht trotzdem nur neun Felder. Das heißt, wir werden zwei Runden spielen für die Aufnahme. Mh. 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 Und drei. Drei. Mh. 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 Ich weiß, wo es lang geht. Ich bin nämlich extrem falsch gespielt. Und die Map schon mal gespielt hat. Nein, ich bin einmal runtergefallen. Fuck, fuck, fuck. Das verdient. Nein, ich bin schon wieder runtergefallen. Fuck, 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 fuck. Und jetzt kommen alle. Ich räume gerade richtig auf und bin runtergefallen. Ich war erster mit übelstem Vorsprung. Jetzt bist du letzter. Nein, nein, nein. Ich bin gerade zweiter. Gut, gut. Als ob ich erster bin. Du kannst es noch schaffen. Kevin, Kevin, Kevin. Oh, so ein Noob, Alter. So ein Noob. Du kannst das Spiel nicht, Alter, Kevin. Nein, nein. Ach, Alter, nee. Nee, du würfelst jetzt 2-1. Dann hast du mich verstanden. Ja, hab ich. Ich hab eine 1. Und eine 5. Also insgesamt eine 6. Welches Feld? Ähm, 24, 10 Felder noch. Aber es wird jetzt einer geschafft haben. Einer hat noch 4 Felder gefehlt. Äh, 3 Felder gefehlt. Äh, 5 Felder gefehlt. Ja. Okay, noch eine Runde. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis gleich. Und da sind wir. In Runde 2. Dann halt so. Was hast du? 2. Ich auch. Krass. No. Kevin. Kevin, 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 Kevin. Kevin, ja. Oh, du bist ein Toad. Ja, ich bin ein Toad. Oh, Goon Game. Krass, das kann ich. Es wird gespielt. Noch nicht spoilern. Goon Game. Ah, das kann ich. Ah, das, 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 das kann ich. Ich kann das. Ich gehe gleich auf den AFK-Spieler, oder? Oh, ich lege. Das ist meiner. Kevin. Ja, aber du riecht. Ich habe richtig geleckt. Ah. Oh, easy, easy Toad. Easy Toad. Easy toad. Easy toad. Hi, Flo. Kevin, lass mich. Ich bin unbound. Hat die... Ha, ha, ha. Mann, ich habe ein Diaschwert. Alter. Popper. Easy, easy, easy. Ach, wenn du nicht killst. Ich finde es, wir haben ein Ding. Habe ich dich eben gekillt? Ja. Okay. Ich bin erst bei der Schaufel. Hoppist euch. Hoppist euch. Hoppist euch. Hoppist euch. Hoppist euch. Hoppist. Alles gut, Kevin. Ich kill euch alle. Ich kill euch alle. Ich kill euch alle. Ja, easy. Ey, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Toad. Toad, zwei Punkte. Es ist ein Fake Toad. Es ist ein Fanboy. Hey, Junge. Ich werde die ganze Zeit gekillt. Es gibt es doch nicht. Krass, easy. Krass, wir haben eine Holzachse. Krass. Digga. Oh, ich bin Zweiter. Oh, halt die Fris. Ich bin Fünfter. Hi, Flo. Hi. Kevin, wir müssen uns jetzt wahrscheinlich trennen. Du fängst an. Okay. Ein normaler Würfel ist eine 4. Und zweiter Würfel ist auch eine 4, so eine 8. Ach, halt die Fris. Ich habe eine 4. No. Flo hat schon wieder ein Haufname. Ja, tu, tu, es tut mir leid. Ja. Anterstrich. FIFA. FIFA. Och, nee, ich habe das doch als mies eingeschätzt. Ich auch. Das kann ich einfach nicht. Nee, das ist natürlich unser Liebling-Spiel. Krass. Krass, ich habe den ersten schon wieder verfehlt. Jackpoint. Ich bin ganz runtergefallen. Ähm. Hey, Junge, ich stöß immer um an das Dings. An das Dreckding. An den Jackpoint. Ja. Und back die ganze Zeit zurück. Ja, das liegt an deinen Hacks. Alter, ist das wirklich so, damit ich die ganze Zeit zurückgebackt werde? Dein Flyhack funktioniert hier drauf nicht. Nee, merke ich gerade. Krass, bin ich gut. Krass, ich bin Fünfter. Kevin, soll ich dir was sagen? Sag, wer erster ist? Ach, halt. Halt, stopp. Fühle mich gemobbt. Halt, stopp. Ah, Kevin. Kevin. Was? Wer ist erster? Guck mal. Wer, wer ist erster? Ich. Nein. Doch. Sag seinen Namen. Ja, wer ist erster? Ulti 05. Nein. Wer ist erster? Da steht sogar Hashtag 1, Pfeil und dann der Name. Hashtag, ah, ich konnte es nicht lesen, tut mir leid. Stimmt, du bist ja in Deutsch nicht der Beste. Nee. Der Flussmonster sitzt in das Fluss. Ja. Eine 6. Eine 4. Und eine 4. Eine 10. Welcher Platz? Steht noch nicht, auf jeden Fall bin ich auf Feld 20. Und du? 10. Ich bin Platz 1. Und du? Oh, nee. Geil, das kann ich. Ich nicht. Das ist mal ein Spiel, was ich wieder kann. Mein Rekord ist 37. Deiner? Wo steht das? Steht auf der Seite. Deine Zahl. Okay, jetzt nicht mehr. Ich legge. Ich legge auch. Halt richtig unfair, wenn ich legge. Jetzt geht es bei mir wieder. Ja, ich legge halt die ganze Zeit. Aber bin halt zu gut. Alter, ich habe somit die schlechteste Position. Ich bin wieder mal in der Mitte. Aber kann halt nichts tun, weil ich legge habe. 6, Tommy, komm her. Bin halt gut im Boss, bam. Meine Pfeile backen halt zurück. Was ist denn da? Ne, die backen nicht zurück. Die fliegen, aber bei dir fliegen die nicht richtig. Das ist ein Mine-Minecraft-Bug. 3-6-Spiel. Ja, wirklich so. Ich bin zweiter. Ist in Ordnung. Kevin, Kevin, Kevin. Wer ist zweiter? Meine Mutter. Ich bin deine Mutter? Ja. Oh. Ich sollte mir eine Kugel geben. Ich habe eine 3. Ich habe eine 6. Ne, was darf ich jetzt zusammenfassen? Und eine 2. Also insgesamt eine 8. Halt die Fresse. Kevin mag mich nicht mehr. Nein. Ich glaube, nach der Aufnahme wird er nie wieder mit mir aufnehmen. Hä? Was ist das? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist neu. Hä? Kenn ich nicht. Will ich auch nicht sehen. So schnell den Weg nach oben zu finden. Du musst probieren, nach oben zu kommen. Okay, ich bin ganz unverbrennen, gerade Lava. Und du? Ah, dann darfst du auch nicht runterfallen. Ich glaube, krass, ich bin runtergefallen. Kevin, man darf nicht runterfallen. Achso, hätte mir jemand sagen. Bin wieder runtergefallen. Ah, hat man mehrere Leben? Nein. Ah, ich wäre fast runtergefallen. Man hat gar kein Leben. Äh, man hat nur ein Leben. Krass, das Spiel mag ich nicht. Ich auch nicht. Das ist mega doff. Das ist doch richtiges Get Down. Nur nach oben. Ja. Die haben Get Down nicht verstanden. Und deswegen haben die es so rum. Nein, nach... Ich lebe noch. Bist du nach oben? Nein, aber ich lebe noch. Und bin gerade erster. Nein, du darfst nicht erster werden. Bitte voll runter, bitte voll runter, bitte voll runter, bitte voll runter. Bitte voll runter, bitte voll runter. ich bete ich bete dafür 32 ich bin erster ist gar nicht doch besser als du ich hoffe ich hoffe ich nicht ist ausgeschieden ich stebe noch ich hab du liebst ja auch nein wer ist erster ja wer ist erster die runde ist so nice die runde scheiße ich mag die bisher eine 1 1 4 also insgesamt eine 5 welches feld 31 du bist platz du bist platz 10 ich bin platz 1 springen und rennen und nicht das kann ich weiß also da rastet nie aus ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Wir brauchen ein Feld. Ich gehe schon wieder bei so einem Dreckspiel. Denke ich mir aber auch so. Ich laufe einfach zurück. Ich auch. Ich drehe um. Ich habe gewonnen. Guck mal, ich habe gewonnen. Hä? Ich habe doch gewonnen. So. Nach der Runde ist eh das Spiel vorbei. Weil ich eh... So, gleich ist eh die Runde vorbei. Ich habe nur 6. Das passt sogar. Wenn ich Glück bin, bin ich Erster. Und wenn ich Pech habe, bin ich nur Zweiter. Ich hoffe, du bist Zweiter. Und bitte Erster. Nein, hoffentlich nicht. Ach, die Frage. Kevin, wer ist Erster? Nee, Rage-Krit, Rage-Krit. Gut, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge? Haut rein, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat und ciao, ciao. Kevin.